Hallo Leute, ähm, ich bin's wieder, euer Konrad, und, ja, ähm, einige meiner Freunde und auch andere haben mein letztes Video gesehen. Deswegen, ähm, hm, ja, die haben mich drauf angesprochen, dass ich ein lieber Let's Player werden sein soll. Jeder hat mich drauf angesprochen und sogar in den Kommentaren haben das einige draufgeschrieben. So, dann hab ich beschlossen, doch ein Let's Player zu werden, aber mit jemandem. Ich download mir kein LP-Programm und alles, ich will es ja mit jemandem machen, der ein LP-Programm hat. Deswegen möchte ich gerne, dass einer von euch, oder jemand von euch, ähm, in den Kommentaren schreibt, dass ich mit denen ein LP machen kann. Über was? Kommt drauf an. Wenn, dann sollen sie gedownloadete Spiele sein. Äh, aber kein Minecraft, bitte. Also, allgemein keine Spiele mit Jaffo oder Amoyang-Programmen. Egal, zum Beispiel Brickfoss. Ist egal. Und, ja. Da soll er sich dann mal bei mir melden, er kann's in den Kommentaren schreiben. Ja, ähm, aber derjenige muss auch Skype haben. Ich werde mit denen über Skype telefonieren und gleichzeitig werde ich mit denen ein LP machen. Also, ja. Das wäre wunderschön, wenn sich derjenige, oder diejenige, ähm, sich bei mir melden würde. Äh, dann, dass meine Freunde mir auch wiederholen. Dann, sag ich mal wieder Tschüss und die Lu, bis zum nächsten Mal. Nein. Ich werde mit denen an, wenn, dann, dass meine Freunde, ihr, 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 ihr.